Hallo zusammen, mein Name ist Alessandro Lorefici von K2 Systems. Ich zeige euch jetzt das Mini-Ray System mit der 5 Grad Mini 5 Aufstände. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war's schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder per Telefon. Danke und bis dann. Ciao.